Ich heiße Clement Moosbacher, bin seit 20 Jahren Förster in der Bezirkskammer Hartberg-Fürstenfeld. Meine Hauptaufgabe ist die Beratung über sämtliche forstliche Maßnahmen, beginnend bei der Aufforstung, Dickungspflege, Erstdurchforstung, Auflichtung älterer Bestände, zum Beispiel zur Forcierung der Naturverjüngung. Dabei ist ein ganz wichtiger Bestandteil die forstliche Nutzungsauszeige. So circa 10.000 bis 15.000 Festmeter jährlich zeige ich aus und informiere dabei auch über die optimale Ausformung und die Vermarktung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung und Information zu förderbaren forstlichen Aktivitäten und die Unterstützung bei der Antragstellung derselben. Sowie die Erstellung von rund 100 Hektar Waldwirtschaftsplänen. Das Hauptziel ist die Steigerung des betriebswirtschaftlichen Erfolges und somit des Erlöses aus der Waldwirtschaft und die Erziehung klimafitter Waldbestände.